Ich habe meine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, danach in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Die Weiterbildung zum Meister absolviert und jetzt als Maschinenmeister angestellt. Die Zusammenarbeit hier in der Firma ist prima. Das Betriebsklima ist sehr gut, sehr familiär. Man hilft sich aus, wenn man einer nicht weiter weiß, kann man jederzeit jemanden fragen. Ich war immer wieder über meine alte Firma hier als Monteur. Und die Arbeit hier hat mir so gut gefallen, dass ich mich bei der letzten Ausschreibung hier beworben habe. Am besten gefällt mir die Abwechslung bei Südzucker. Vom Rübenhof über die Kesselanlagen, Energieerzeugung, Futtermittel bis hin zur Kleinpackung ist bei uns alles geboten. Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist, dass man offen miteinander reden kann, auch über private Dinge. Und dass es immer auf Augenhöhe und sachlich ist. Die Stimmung untereinander ist eigentlich prima. Man versteht sich, man trifft sich auch einmal außerhalb. 30 Tage Urlaub, 13. Monatsgehalt, Gewinnbeteiligung, Urlaubsgeld nicht zu vergessen. Genau, das kommt auch noch dazu. Und in der Summe macht mir das hier eigentlich unheimlich viel Spaß.